schöne mittwoch abendrunde hier drehen mal schauen was so drin ist herrliches wetter die sonne knallt wenigstens nicht mehr so doll dass man es gar nicht mehr aushalten würde. jetzt gehts hier gleich mal abfahrt. erster trail, let's go. auf gehts vorne kommt erstmal so ein kleiner kicker und danach kommt der große das war die falsche abbiegung oh shit den trail den kannte ich noch nicht direkt nochmal erstmal aber ohne die neue line die es gar nicht gibt so auf gehts. das war bitteschöner geht doch. so sieht der richtige trail aus. dann wollen wir doch mal gleich in den nächsten trail rein starten mit ordentlich gas. jawoll. und rechts kurve. schön mitnehmen. geil. top schön durchpumpen. kicker. weggedrückt macht das bock. man kann zurzeit so geil den speed stehen lassen und muss nicht bremsen. das macht einfach nur laune. starten wir mal nochmal rein hier. diesmal eine andere variante. aber nicht die wie eben davor. sondern hier. riesenlange links kurve. dann hier rum. ich filme übrigens in 5,3k und lasst das dann nachher in 4k runter rendern. kicker. noch ein kicker. top natürlich starten wir nochmal rein. aber jetzt nochmal die line die mir zurzeit am meisten spaß macht. die rechte kurve. richtig geil. top die kann man so lang heizen das macht einfach nur bock. ich glaube ich fahre jetzt öfter so eine abendrunde. nicht zu warm nicht zu kalt. richtig geil einfach. wir fahren uns mit vollspeed runter. Tschüss! Vielen Dank.